You got you made it Ich fang wirklich an nicht zu mögen Ich frag jetzt noch mal Yo verdammt Was ist hier los Yo man das hätte auch mich treffen können Was ist passiert Was geht hier ab verdammt Ja wunderbar läuft es super weiter geht Wie viele Sekunden braucht es zum Mond Mit einer Rakete Zum Mond mit einer Rakete Also Auto braucht eine Stunde Also wenn du mit dem Auto zum Mond fährst brauchst du eine Stunde Yo verdammt Mann hier hat einer straight up In mein Klo geschissen Yo hol mich hier raus man Hol mich hier raus schnell Yo verdammt alter Yo Kops kommt bitte her Kommt bitte verdammt nochmal her Mann Yo hier ist ein Scheißhaufen in meinem Klo Mann Hier ist ein Scheißhaufen in meinem Klo Mann Ich bin Fisherman's Friend Partner Und Fisherman's Friend Hä ist das nicht der Slot? Fisherman's Friend? Halt's Maul Als seine Partnerschaft mit Slot hat Was ist das? Na na ey ey Das das was Wer 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 war das? Wer war das? Wer war das? Ich 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 Ja Keusher is a broken beat I wanna make it Junge Hure Alle schnuppen Ja Hure 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 Ja, komm mit. Was willst du uns zeigen, Mann? Was willst du uns zeigen? Ja, wer kommt mit? Ja. Siehst du an meinem Reißverschluss? Was ist denn da, Alter? Mein Schwanz! Ihr hört das gleich an. Scheiße! Allein wie sie ihr Kaugummi-Couch schon smash, Dicker. Ich hasse das. Du, eschick. Du kennst doch dieses... Ich schicke deinen Vater und danach deine Ma. Du fickst jetzt meine Ma und ich jetzt einen Paar. Du nennst mich jetzt Papa und ich bin jetzt dein Vater. Ja, die Bitch nehm ich auch. Ja, sie ist startklar. Du bist ein Penner. Ich nehme deine Ma. Schwanz. Oh mein Gott, Dicker. Was ich hier gemacht hab grad. Das ist so schlimm. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem diskutiert? Ihr wisst zu 100%. Ihr habt recht. Aber er will einfach nicht ausgeben. Äh, aufgeben. Er will einfach nicht aufgeben. Er will einfach nicht aufgeben. Er diskutiert so lange mit dir weiter. Obwohl du einfach recht hast. Du hast einfach recht. Aber der Spaß diskutiert die ganze Zeit. Weil der checkt nicht, dass er dumm ist. Wie wird so einen dummen Menschen erklären, dass er dumm ist? Er ist so dumm, um zu wissen, dass er dumm ist. Hey, TJ. Yo. Nichts, man. Scheiß auf dich. Was, nichts, man? Pass mal auf, sonst... Soll ich dir deinen weißen Arsch polieren, oder was? Soll ich dir deinen schwarzen Arsch teilen polieren, oder was? Yo, was? Was? Komm raus aus dem Auto. Yo, halt an, halt an, man. Halt an, halt an, halt an. Halt hier rechts an, man. Halt hier rechts an, man. Halt hier rechts an, verdammt. Komm jetzt her. Wie redest du mit mir, verdammt? Hä? Wie redest du mit mir, hä? Wie redest du von mir? Komm her, verdammt! Oh, 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 oh Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich